Aloha und weiter im Text mit The Blob 2. Uiuiuiuiui. Was gibt's denn hier? Hier sind wir an der Gleichkohle-Apfelanlage-Blob. Vor dem Ink-Teen-Coop war diese Region als Limonadenfälle bekannt. Alle Getränke für Prisma City wurden hier in sieben großen Türmen hergestellt. Aber jetzt wird nur noch Bleichkohle produziert. Lass uns alle sieben Getränke zurückbringen und mit Zitronenzisch anfangen wir an. Hol ein bisschen Gelb und trag es bis ganz nach oben auf diesen ersten Turm. Oh Gott. Ich ahne Furchtbares. So. Uiuiuiui. Verdammt, das war falsch. Gibt's hier irgendwo Wasser? Gibt's hier irgendwo Wasser? Gibt's hier irgendwo Wasser? Waffe! Ah. Oder so. Gut. Merke. Nicht drauf springen. Wow. Will hier nicht runterfallen. Gibt's hier was? Hier gibt's Laternen. Okay. Das führt zu weit. Ey. Hat der mich angeschubst. So. Ich will da hoch. Da will ich erst recht hoch. Okay. Badam. Upsa. Ah, hier wäre Wasser gewesen. Gut zu wissen. Ähm. Ich möchte nicht da dran kleben. Dann go. Da ist noch ne Laterna, die ich... Mist. La la la. Ihr habt doch Zeit, oder? Na. Ah. Okay. Machen wir erst mal weiter. Gut, das möchte ich aber... Wow! Habe ich mich gerade erschrocken? Oh. So. Das möchte ich erst mal haben. Oh. Nix da. Ein bisschen Zeit gesammelt. Oh. Ah. Hier gibt's noch. Gut zu wissen. Inspirazione. Oh, oh. Immer kleiner. Ich würde mich ja über... Wow. Nochmal gelbe Farbe freuen. Aber wahrscheinlich muss ich nochmal runter dafür. Und das werde ich auch tun. So. So. Machen wir mal groß. Denn ich denke... ...dass ich das definitiv noch brauchen werde. Da oben. Wow. Obwohl, können wir... Können wir machen. So, dann kann ich hier noch die Laternen anmalen. Hab ja sonst nichts zu tun. So, dann war hier nochmal... Kann ich das hier auch anmalen? Opsa. Ich möchte da... Nein, kann ich nicht. Gut. Also, ich weiß nicht, ob's gut ist, aber es ist gut zu wissen. So. Das hier malen wir noch an. Und das hier... Ne, die können wir wirklich nicht anmalen. Also, rein da. Du hast es reingeschafft. Wow. Und ich hab schon wieder vergessen, meinen Drucker auszumachen. Aber warum? Warum bin ich so doof? Antwortet einfach nicht, okay? Nein! Kann man wieder hoch? Bestimmt. Das ist schon besser. Da ist ein grüner Schalter, der... Den Limonadenmischer neu irgendwas. Jetzt hab ich's nicht gelesen. Mach mich mal nochmal grün. Will ein bisschen größer sein. So. Jetzt hab ich die doofen Farbatome nicht eingesammelt. Gute Arbeit. Spring nach unten zum gelben Schalter und öffnen die strunze Schleusentore. Tada! Reite auf der Welle nach oben zur Transformationsmaschine. Sieht aus wie gelbe Farbe und nicht wie... Nein! Nein! Ich wollte die Inspiration haben. Schließe! Äh, ich meine... Verdammt! Aber gut, den ersten Turm hätten wir damit dann schon mal erledigt. Und... Es fließt keine Bleichkohle mehr, sondern Zitronenfrisch. Nee, Zitronenzisch. Du kannst die normalen Schächte benutzen, um in das mittlere Level eines Limonadenturms zurückzukehren. Benutze die Express-Sprungfeder, um schnell auf die Spitze des transformierten Turms zu kommen. Okay, das werde ich machen. Das ist eine Windkanone, Blopp. Es sieht so aus, als wäre sie auf den nächsten Turm ausgerichtet. Lass uns herausfinden. Ja, ja. R1. Bereit, zielen, Feuer. Nein, ich bin nicht bereit, denn ich möchte... Erstmal feiern. Und mal schauen, ob ich in den Turm nochmal reinkomme. Ja, vorübergehende Reinigungsmaßnahmen. Deswegen ist der Turm geschlossen. Nicht etwa, weil ich ihn wieder, ähm... wieder hübsch gemacht hätte oder so. Nein. So, erstmal malen wir hier die an. Und es scheint mir, als könne man dann hier runter, ja? Wirklich? Wirklich? Wirklich, Hua! Hua! Meine Farbe war weg. Jaja, ich weiß. Hier war doch... Ach, da. Da. Yeah! Ein Leben. So, da möchte ich rein. Ich sollte auch R1 und nicht L1 drücken, ne? Ach, so funktioniert das, gut zu wissen. Verdammt. Ich dachte, ich hätte jetzt vielleicht noch eine Chance, ähm... Hier. Die Inspiration zu sammeln. Aber nein. Warum sollte ich... Warum sollte ich... Why should I? Okay. Yay! Bam! Okay. Das würde ich anmalen. Das wäre nicht schlimm runterzufallen, wie ich festgestellt habe. Aber es wäre trotzdem besser, es nicht zu tun. So. Und erledigt bleiben noch sechs übrig, Blob. Dieser Turm sollte voller roter Rumba sein. Und nicht voller gedankenkontrollierender Bleichkohler. Ringe nur Rot ganz nach oben auf diesen Turm. Und wir bringen das in Ordnung. Hm. So. Erstmal malen wir das hier ein bisschen an. Lassen ein paar Graulinge frei und bekommen dafür 60 Sekunden Zeit geschenkt. Gut. Wow. So. So. Hier können wir noch mal ein bisschen was sammeln. Klingt so, als wäre hier noch so ein Vieh. Aber dem scheint nicht so. Lalalalalalalalalalalalalalalalalala. Alter. Ich wollte die Laterne noch anmalen. Ich will hier nicht runterfallen. So. Komm. Nein. Nein. Boah. Bei Super Mario hat mich das jetzt schon erledigt. Machen wir später. Ich möchte zuerst das hier machen. Ach, die Autos sind so toll. Graulinge. Kommt ja, meine Kinders. Und wo geht's hier lang? Okay. Warum kann ich die Kamera an sich nicht drehen? Äh. Ich glaube, da hat mich jemand erkannt. Wow. Und ich habe das Gefühl, dass der Sound, wenn ich die hier anmale, irgendwie langsamer abgespielt wird als sonst. Ich hatte den irgendwie ein bisschen schneller in Erinnerung. Blablabla. Blablabla. Oh. Inspiration. Ich mag Inspiration. Ich klebe fest. Okay. Ne, nicht da rein. Und das hier. Nein! Verdammt. Wow. Also nochmal. La 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 la. Aber hey. Ich habe jetzt zwei Minuten mehr Zeit als ganz am Anfang. So. Danke. Er surft. Habt ihr das gesehen? Das sah ja cool aus. So, meine Schnuckis. Das wäre jetzt natürlich eine einfachere Sache mit Pinky. Denn Pinky könnte einfach auf die schießen. Nein! Komm zurück! Okay, gut. Noch ein Tank. Voller schwarzer Brühe. Das Level wird von einem grünen Schalter in der Nähe der Berufs kontrolliert. Okay? Nein. Wow. Okay. Nein, ich wollte doch... Na gut. Na gut. Gleich grün. Fahr hoch. Na gut, dann halt so. Du hast die Hälfte der Bleichkohle entleert. Okay. Ah, nee. Ich habe den Weg gefunden. Es sollte noch ein Schalter auf der anderen Seite sein, um dann... Re... Entschuldigung. Restlos zu werden. Ich weiß nicht, woher dieses Geräusch gerade kam. Au. Ah, gut. Nochmal eine Minute Zeit geschenkt bekommen. Das hat's gebracht. Und nun einen roten Schalter, um die rote Rumba aufzufüllen, glaube ich. Wow, wow, wow. So. So, jetzt bleiben wir hier in der Mitte. Yeah. Huch. Bam. Bam. Und rote rote Rumba. Gut. Haben wir verstanden. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Und Blob freut sich. So wird's gemacht. Sehr gut. Und dann malen wir noch das hier an. Neues Produkt angekündigt. Gleich Cola Zahnpasta. Entfernt die Belege und das Grinsen. Okay. Will ich nicht haben. Klingt irgendwie nicht spaßig. Ich möchte die Laternen hier noch anmalen. Wenn ich sowieso hier oben bin. Aber die Türme sind ziemlich cool hier mit dieser Limonenscheibe. Ist ja keine Zitrone. Ist ja eine Limone. Oh, die kann man anmalen. Oh, gut zu wissen. Jetzt ist da bestimmt irgendeine blaue Flüssigkeit. Die man hier wieder herstellen muss. Erstmal male ich hier nochmal alles an. Oder auch nicht. Wir haben die Bleich-Cola-Produktion um ein Drittel reduziert. Der nächste Geschmack ist blaue Birne. Füll dich mit genug Blau auf und kletter nach oben. Blaue Birne. Leute. Wenn in meinem Kühlschrank eine Birne blau ist. Dann mache ich daraus keine Limonade. Sondern schmeiß sie weg. Ah, okay. Wir arbeiten also jetzt mit der Gravitazione. Okay. Neb, 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 neb. Blob, runter da. Oh je, 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 jeba, je, 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 je. Oh, so waren das viele. So. La, 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 la. Maul. Möchte auch die Rohre anmalen. Du, 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 du. Wow. Okay Da ist ein Schild Oh nein Na Egal Dafür habe ich das Plakat angemalt Und muss das nachher nicht machen Und wie ist die Musik cool Die ist sehr entspannt Finde ich Findet ihr auch? Na 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 Nein Oh Gott Ich würde mal sagen Der Fall, also der Sturz war tief Sehr tief Danke Na gut Haben wir hier mal ein paar Graulinge freigelassen Und ich hätte jetzt auch gerne Wieder meine Farbe Damit ich die auch anmalen kann Yay Grauling God Freedom Oh nein Ich mal mal hier unten noch ein bisschen So Okay Und jetzt hier rüber Das muss sowieso irgendwann angemalt werden Wow Nicht ins Wasser, danke Und die Schaukel hier noch Und ich bekomme auch noch Zeit dafür Nein Oh Gott Wop So Das Baum Den haben wir erfolgreich angepinselt Nein Habt ihr das gesehen? Er hat mich einfach geschubst Dann halt so Blub Ist ja nicht so Als hätten wir gerade voll viel Zeit verschwindet Ich möchte mich bitte aufladen Nö nö So Ich ignoriere euch einfach mal Das ist glaube ich das fairste Was ich tun kann So Graulinge Graulinge La 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 Oh die wollten gerade anfangen auf mir rum zu prügeln Das ist nicht nett Ähm Warum male ich da die Laternen nicht an? Nein 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 Oh Sagt einfach nichts Oh und Ich sehe gerade um Gottes Willen Wir sehen uns im nächsten Part von der Blub 2 Oh Vary